Die IWP Bauingenieurgesellschaft MbH, das Spezialbauunternehmen für Betoninstandsetzung, Parkhaussanierung, maßgeschneiderte Ausbauarbeiten sowie Fassadensanierungen, ist seit 20 Jahren für die Erhaltung von Bauwerken im Einsatz. Denn Bauwerkserhaltung ist unsere Kompetenz und die unserer qualifizierten Ingenieure und geschulten Mitarbeiter, die ihre Problemstellung mittels modernster Instandsetzungs- und Modernisierungstechniken individuell und bauwerksbezogen lösen. Als Spezialbauunternehmen für Bauwerkserhaltung können wir eine Schadensdiagnose durchführen und mit unserer Beratung aufzeigen, welche Möglichkeiten für eine nachhaltige Beseitigung von Bauschäden existieren. Bei uns ist Qualität planbar, damit verbindliche Zeitabläufe und Kostenstrukturen eingehalten werden können. Unser Ziel für Sie? Immobilienwerte erhalten!